Willkommen zu diesem besonderen Video, wo wir gemeinsam auf eine Reise in die Welt der spirituellen Gesetze des Erfolgs gehen. Diese sieben Gesetze können als Leitfaden dienen, um ein ausgeglichenes, glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Hier sind die seven spirituellen Gesetze des Erfolgs. Erstes Gesetz – Das Gesetz der Reinheit der Absicht Das erste Gesetz ist das Gesetz der Reinheit der Absicht. Es erinnert uns daran, dass unsere Absichten rein und authentisch sein sollten. Unser Lebensweg und unsere Ziele sollten aus unserem Herzen kommen und nicht aus Angst, Gier oder dem Wunsch nach Anerkennung. Sich dessen bewusst zu sein und ehrliche, positive Absichten zu setzen, ist der erste Schritt zum Erfolg. Zweites Gesetz – Das Gesetz des Gebens Das zweite Gesetz, das Gesetz des Gebens, lehrt uns, dass wir bekommen, was wir bereit sind zu geben. Großzügigkeit und Dankbarkeit sind Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Teilen und Geben kann auf vielen Ebenen geschehen. Zeit, Liebe, Wissen, finanzielle Mittel. Es geht darum, den Kreislauf des Gebens und Empfangens aufrecht zu erhalten und einen Ausgleich im Universum zu schaffen. Drittes Gesetz – Das Gesetz von Ursache und Wirkung Das dritte Gesetz, das Gesetz von Ursache und Wirkung, erklärt, dass jede Handlung eine Konsequenz hat. Gute Taten führen zu guten Resultaten und negative Taten führen zu negativen Resultaten. Dieses Gesetz erinnert uns daran, dass wir für unser Leben und unsere Taten verantwortlich sind. Viertes Gesetz – Das Gesetz des kleinsten Widerstandes Das vierte Gesetz, das Gesetz des kleinsten Widerstandes, sagt uns, dass Harmonie und Leichtigkeit natürliche Zustände des Lebens sind. Wenn wir uns gegen die Strömung des Lebens wehren, erleben wir Widerstand. Wenn wir jedoch lernen, mit dem Fluss zu gehen, finden wir den Weg des geringsten Widerstands. Fünftes Gesetz – Das Gesetz der Absicht und des Wunsches Das fünfte Gesetz, das Gesetz der Absicht und des Wunsches, betont, dass unsere Wünsche und Absichten die Energie haben, Realität zu schaffen. Wenn wir unsere Wünsche mit einer starken Intention verbinden und die Energie in diese Intention setzen, kann das Universum uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Sechstes Gesetz – Das Gesetz des Loslassens Das sechste Gesetz, das Gesetz des Loslassens, lehrt uns, dass wir unseren Wünschen und Träumen Platz zum Atmen geben müssen. Loslassen bedeutet nicht, unsere Träume aufzugeben, sondern zu vertrauen, dass das Universum am Werk ist und das Richtige zur richtigen Zeit geschehen wird. Siebtes Gesetz – Das Gesetz des Dharma Das siebte und letzte Gesetz, das Gesetz des Dharma, ermutigt uns, unsere einzigartige Rolle im Universum zu entdecken und zu erfüllen. Jeder von uns hat eine spezielle Gabe oder ein Talent, das wir zum Wohle aller einsetzen können. Indem wir unser Dharma erfüllen, erreichen wir wahre Erfüllung und Erfolg. Diese sieben spirituellen Gesetze des Erfolgs sind universelle Prinzipien, die dazu beitragen können, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Sie erinnern uns daran, bewusst zu leben, großzügig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, den Fluss des Lebens zu respektieren, unsere Absichten klar zu setzen, loszulassen und unser Dharma zu erfüllen. Das war unser Video über die sieben spirituellen Gesetze des Erfolgs. Wir hoffen, dass diese Prinzipien helfen können, den Weg zu einem erfüllteren, harmonischeren und erfolgreicheren Leben zu finden. Wenn diese Informationen hilfreich waren, würden wir uns freuen, wenn sie geteilt werden könnten. Lass uns diese positiven Botschaften verbreiten und dabei helfen, mehr Bewusstsein und Harmonie in die Welt zu bringen. Teilen bitte das Video mit Freunden und Familie, die es ebenfalls interessieren könnte. Eure Meinungen und Erfahrungen sind uns wichtig. Hinterlasst einen Kommentar und teilt eure Gedanken und Erfahrungen zu den sieben spirituellen Gesetzen des Erfolgs. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Es warten noch viele weitere spannende Themen und Inhalte. Danke für die gemeinsame Zeit und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017